Christine Theis verrät bichgestlose Erfolgsrezept Es wird wieder geschwitzt! Am 4. Februar geht der bichgestlose in die 12. Runde. Seit Staffel 4 mit dabei, Christine Theis, 37. Die ehemalige Kickboxerin unterstützt die Kandidaten als Campkäfin beim Kampf gegen die überflüssigen Kilos. Im Promiflas-Interview verrät jetzt das Erfolgsgeheimnis der Abnehm-Show. Wir erzählen wahre Geschichten mit echten Menschen und jeder kann das leiden, aber auch den Erfolg, hautnah miterleben, erklärt die 37-Jährige. 30-Jährige. 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 Fast jeder Mensch ein paar Pfündchen verlieren oder fitter werden, da können sich die Zuschauermotivation für ihr eigenes Vorhaben holen. Fast die Sendung auch eine persönliche Bereicherung, ich liebe es, die Menschen auf ihrem Weg in ein neues Leben zu begleiten und meinen Teil dazu beizutragen. In der aktuellen Staffel erwartet die Fans eine spannende Neuerung. Zum ersten Mal treten 50 Kandidaten in einem schweißtreibenden Bootcamp gegeneinander an Nur 16 von ihnen können einen Platz im andalusischen Abnehm-Camp ergattern. . Welche abspeckwilligen Teilnehmer den Sprung nach Spanien schaffen, erfahrt ihr am 4. . Februar ab 20.15 Uhr auf Sat.1. . Freut ihr euch auf die neue Staffel von Tebich Gestloser? Ja, total.Nein, die Show gefällt mir nicht so gut. .